Der Nass-Trockensauger Steinbock Inox ist ein leistungsstarker Sauger für den täglichen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Seine kräftigen Motoren und viele Extras machen ihn zum idealen Arbeitsgerät. Der kompakte und robuste Industriesauger entfernt trockenen und nassen Schmutz sowie säurefreie Flüssigkeiten und Wasser. Der kraftvolle Saugmotor mit schlagfestem Motorkopf ist schallgedämmt. Das macht das Arbeiten im Betrieb oder auf der Baustelle deutlich angenehmer. Beim Trockensaugen sorgen ein chemikalienbeständiger Euronorm-Filter aus Polyester und eine Filtertüte für saubere Abluft. Ist der Staubbeutel voll, lässt er sich ganz unkompliziert entsorgen. Beim Nasssaugen ohne Polyesterfilter gelangt der Schmutz direkt in einen hochwertigen Edelstahlkessel, in dem Rost keine Chance hat. Ein Schwimmerventil schaltet den Saugluftstrom ab, wenn der Kessel gefüllt ist. An die wahlweise integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik können Sie externe Geräte wie eine Bohrmaschine anschließen, um beispielsweise bei Fassadenarbeiten direkt den Bohrstaub abzusaugen. Diese Maschine ist für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar. Auf dem Fahrgestell mit vier flexiblen Rollen lässt sich der Industriestaubsauger sehr komfortabel an seinen nächsten Einsatzort ziehen. Hier ist er dann flexibel einsetzbar mit dem extra langen Saugschlauch. Das Zubehörreinigungsset, bestehend aus einem verkromten Handrohr, einer Nass- und einer Trockensaugdüse und einer Rundpinseldüse, macht das Reinigen verschiedenster Flächen zum Kinderspiel. Der kuppelförmige Gehäusekopf lässt sich über zwei Einrasthaken einfach abnehmen. Behälter und Technik sind nach Ihrem Einsatz schnell und einfach zu reinigen. Der Nass-Trockensauger Steinbock Inox ist ideal für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar. Und weil er so vielfältig einsetzbar ist, gibt es ihn in verschiedenen Ausführungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017